Was bisher geschah. Guck, guck, Motherfucker. Nein! Ja, das war super. Und so geht's weiter. Ja, wir sind ja dabei. Wir sind die Nachhut sozusagen. Die so dringend gebraucht wird. Hier ist nichts. Wo muss ich denn hin, um mich zu finden? Achso. Ich seh da aber was liegen. Gib's mir. Gib's mir. Waffenupgrade. Präzisionsgewehr Durchschlagsmann. Okay. Ist ja auch mal was, was ich brauchen kann. Da unten geht's noch nicht lang. I guess. Und hier seh ich jetzt spontan auch nichts. Ich frag mich, wie viele Bereiche von der Citadel tatsächlich betroffen sind. Ob jetzt nur dieser Turm hier. Oder das ganze Citadel weit ist. Was ich mir nicht vorstellen kann. Dafür ist sie ein bisschen zu groß. Das schafft nicht mehr Server. Das kann ich mir nicht vorstellen. Bailick. Looks like they got the Exeggutor and two Solarian bodyguards. Damn. All right. Keep searching. If you don't see the Counselor's body, don't count them out yet. Found him. He looks unharmed. Get him somewhere safe. Don't even think about it. Shepard, he's going to kill us all. That remains to be seen. I mean, Utina, he's staging a coup. He's got the other Counselors now to hand over to Cerberus. Three on one, pal. It's over. No. Now it's fun. Dane! 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 How bad is it? I have time. Catch him. Shepard, what's going on up there? Dane needs medical help fast, and I need to take care of an assassin. He must be going after the rest of the Counsel. Get the word out. Utina's trying to seize power. I've got to get to the Counselors. They're being taken to a shuttle pad on the Presidium. Start driving. I'll try to raise them on the comm. I've got a fix on the Counselor's position. I'm sending it to your car. Good work, Bailey. We're almost there. I'll be right out of the way. I'll be right back. Das war's für heute. Das war's für heute. What the fuck? No, 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 no. Oh, nicht diese Viecher. Ich hasse sie so sehr. Ich hasse euch. Geht weg. Macht sie platt. Oh, ich hasse Phantome. Die sind so ätzend. Es gibt nichts Schlimmeres. Ich weiß nicht, kann ich die Leute hier überhaupt retten? Ich würde jetzt fast mal sagen, nein. Ich glaube, die, die sterben, die sind einfach zum Tode verurteilt. Oh Gott. Noch mehr? Ah, nein! Fuck you! Schießt, Freunde, schießt! Und lasst mich mich kurz umsehen. Wollen wir mal oben lang? Vielleicht sind hier weniger Leute. Oha. Ich, ähm... Ich höre Schüsse? Was? Achso. Bye, bye. Spring! Alter, da, 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 was ist da? Das ist die schon wieder. Oh Gott! Wie wäre es, wenn die mal schießen? Oder wollte die zum Essen einladen? Er sehe ich nicht. Oh Gott! Nein! Go the fuck away! Shit, ich habe sie doch gesehen. Auf deine dämliche Barriere aufzuladen. Ich sehe dich. Ah, haua. He's fine in Nemesis. No, no, no. Ich bin tot. Hm. Shit! Ich sag ja, ich bin bei... Ey, bei dem bin ich echt schlecht. Oh, hier nochmal. Here we go again. Okay, vielleicht machen wir das jetzt etwas... Geschickster. Fuck you, okay. So, eine haben wir aus dem Weg geräumt. Oh, das funktioniert auch. Das ist ja schon mal gut. Ich wünschte, ich könnte jetzt ein Geschütz irgendwie übernehmen. Das Ding hat sich gerade von selbst bewegt. Ah, ha, ha. Fuck, 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 fuck. This is not good. Zwei von denen sind sowas von nicht gut. Ähm. Garris, wir bräuchten dich mal eben hoch. Wo flog die denn jetzt hin? Was war... What happened? Ist die eine jetzt tot oder versteckt die sich hier irgendwo? Du kannst sterben. Nein, nein, nein. Es ist, es ist, es ist. Und... Nein. Brenn doch nicht weg. Miststück. So. Bitte brenne. Danke. Ich weiß nicht, was, warum die jetzt die eine wegflogen und was mit der anderen passiert ist. Lear wird ja irgendwie... ...jenn schön gefistet haben müssen. Ich weiß nicht. Oh. Wieso ist die... Toll. Ich brauche irgendwie Verstärkung. Rückendeckung und sowas. Witziges. Geh. Rüber. Oh, wir laufen mal hinter den Kulissen lang. Ich verstehe schon. Ich habe gar keine Höhenangst. Deswegen ist es überhaupt nicht schlimm, dass ich hier langlaufen muss. Oh. Ich wollte gerade mit Leertaste springen, aber... Das ist ja was anderes. Oh, hallo. Das... Achso. Ich dachte schon, das war gar nichts jetzt. Das war einfach nur zum Anklicken. Kann ich von hier aus schießen? Ich gesse... Ich gesse mal nein. Aha. Achso. Oh fucking gosh. Oh. No. Ja, hier sind viele mit dem Schwert unterwegs, Freund. Nicht nur dein einer Assassin. Könnten wir uns darauf einigen, dass du da vielleicht mal... ...das machst? Was ist das hier eigentlich? Wurde. Kann ich mir nachlesen. Komm schon. Ah, der hat noch eine Bache. Schilde meine ich. Nicht Barriere. Fucking hell. Wie viel Leben hat der noch? Wieso wird mir das nicht angezeigt? Ah. Wegen dem Smoke. Komm schon. Er ist fast da. Schießt auf ihn. Gebt ihm Feuer. Yippie. Irgendwas... ...ist da. Ah. Huh. Ja, sofort. Ich kümmere mich nur um die... ...Armee, die mich hier gerade aufhalten möchte. Achso. Ignoriere ruhig den Typen hinter der Deckung. Ist in Ordnung. Das ist eine Leiche. Okay. Ah. Der Atlas ist einfacher als... Jesus fucking Christ. Was ist das hier? Okay. Ja, ich gehe dann. Es sind zu viele Stimmen in meinem Kopf. Der Atlas ist mir sowas von deutlich lieber als die dämlichen Phantome. Unfassbar. Ähm. Da oben muss ich hin. Okay. Guck ich mich hier unten noch ein bisschen um. Das sind aber nicht die Stellen, die wir hier kennen. Ne. Das sind Bereiche, wo wir noch nie waren und wahrscheinlich nie wieder hinkommen werden. Hier hinten noch irgendwie was. Ne. Außer einer Mülltonne. Danke, Gareth. Nicht immer direkt hinter mir stehen. Das ist ein bisschen gruselig. Jetzt speichere ich einfach mal. Ich darf es nicht. Okay. Dann nicht. Okay. Ich hätte jetzt auch nicht in diesen Fahrstuhl reingewollt mit drei Phantomen. Oh, die Schütt. Oh no. Ich sehe nichts. Ist das zu dunkel? Ich kann nicht. Hups. Achso. Bye bye. Ich fürchte fast, dass die andere Waffe jetzt ein bisschen besser ist. Ich zeigte ich auch mal meine... Nein. Ich wollte, ich wollte... Oh. Oh Gott. Go away. No, 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 no. Wieso nicht? Oh, oh, oh. Ha. Ha. Alter, wieso? Ich bin ja mal sowas von hier hinter. Ähm. Könnten wir wieder... ...leben und so? Nein. Ich weiß nicht, welche Waffe hier besser ist. Okay. Kann ich nicht kaputt machen? Achso. Oh Gott. Ich dachte, die fängt runter. No! Idiot! Oh Gott, sie machen einen Fehler. Ich bin wegen Odina hier. Vielleicht wollen wir ihnen erstmal aufklären, warum er einen Fehler macht. Ich kann das erklären, Caten. Komm schon, Shepard. Gun drawn on a Counselor? Kind of looks bad. Wir haben nicht Zeit, Sie haben. Wir haben Zeit, Sie haben. Sie haben, alle von uns. Odina ist hinter dem Angriff. Der Solerian Counselor confirmiert es. Bitte. Sie haben keine Begriffe. Sie haben nie. Sie haben keine Begriffe. Es gibt Cerberus Soldaten in den Elevator-Shepen hinter uns. Wenn Sie die Tür öffnen, Sie werden Sie alle töten. Wir haben nicht verletzt, Shepard, und es hat uns nicht geholfen. Wir haben keine Zeit, wir werden hier verletzt, wenn wir hier stehen bleiben. Ich bin überraschend der Lock. Ich hätte nicht regrettet das. Sie werden nicht. Odina? Sie sind weg von der Kanzel. Ich bin überraschend der Kanzel. F***! Beile! Wir haben es schnell wie wir können, Shepard. Sieht, dass du dich umgekehrt hast. Nichts falsch. Du sagst, Serberus war uns zu beantworten. Wo sind die Soldaten? Serberus war hier, aber sie haben sich in die Keeper-Tunnels als sie herausfinden, dass wir gekommen sind. Sorry, Counselor, ich sage es plain. Shepard hat nur den Lott. Und du hast meine Leben twice, Shepard. Ich, ähm, mache nur meine Arbeit. You don't owe me anything, Counselor. In times like this, we all stand together. Commander, do you have any idea why the Elusive Man would do this? No, I don't. But I plan to find out. Alright, people. Principles are evacuated. We got a tunnel and a million more places to secure. Move it. Yes? Things didn't go as planned. The Council's still in control of the Citadel and Udina's dead. Udina was expendable. Now what? There are other plans in motion. I'll fill you in when you return. I'm surprised you let Shepard get the better of you, Ling. It won't happen again. Hmm. We'll see. We looked over every centimeter of those tunnels, Shepard. Your Cerberus Pal is made out of smoke and mirrors. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass, ähm, wir ihn nochmal wieder sehen werden. Aber er war doch ziemlich pisst. He likes to fight. He'll show up again. Pardon me if I'm not reassured by that. We can't even get an ID on him. He released a VI into the Citadel system that erased footage of him wherever he went. I guess he didn't trust that Udinas plan would come together. That reminds me, we got your friend Thane in the Werktar Memorial. He's in for surgery. Apparently, uh, there's complications. Ähm, was für Komplikationen? Do you think he'll make it? I caught that they didn't have much Drillblood on the Citadel. I notified his next of kin, his son, Koliath. He was the right blood type, but I don't know if he made it in time. We're pretty sure the route to the hospital is safe from Cerberus, if you want to see him. I'd go now. Ähm, ja, auf jeden Fall. I'll get on it. Oh, and you can tell him the Salarian counselor says he's a hero. It just, uh, I don't know, make things easier for him? Toll. Also, ja, ich glaube nicht, dass Dane diesen Teil überleben wird. Ich weiß nicht, ob ich hätte irgendwas dagegen tun können, aber allein schon wegen seiner Krankheit. Äh, so many pieces to put back together since the Cerberus attack were reeling from the implications. Odina, in league with Cerberus, trying to murder the council. These are dark days for all of us. Ja, vor allem wirft das auch kein gutes Licht auf die Menschheit, glaube ich. Wenn der Stellvertreter der Menschen mit Cerberus zusammengearbeitet hat, um, äh, die anderen Ratsherren zu, abzumurksen. Ihre Verletzung. I thought she'd be in the hospital. If I'm breathing, I'm working. Probably the worst I've ever been hurt. Fitting, I guess, given the state of the galaxy. But if Cerberus thinks a few slugs is gonna keep me out of action, they've got another thing coming. Ich mag Bailey. Ich hätte, also, da hätte ich jetzt auch wieder geweint. Wenn Bailey nicht mehr da gewesen wäre, oha. Wir hätten was Großes verloren. Can this station be defended? The internal security breaches have been passed, but we're dangerously low on manpower. We're grilling our own people and trying to figure out if Odina acted alone, but it's time consuming. All in all, we're still vulnerable, but I think we've taken the right steps. Ja, also, mit ihm, äh, weiß ich nicht. Ich hab Vertrauen in Bailey. Ich glaube, dass er das hinkriegt. All that time you were working for Odina, did you ever suspect? Always rubbed me a little wrong. Still, that traitorous bastard up me. Probably made me for an idiot. I guess I proved him right. He's dead and you're still here, Bailey. Thanks to you. If you hadn't shown up, Odina and Cerberus would be dancing on my grave. Ich, also, ich will ja jetzt nicht klugscheißen, aber Odina war schon immer ein Arsch. Und ich, obwohl es ja eigentlich ein Interrupt war, den ich normalerweise nicht wählen würde, war doch in dem Fall relativ klar, was passieren würde. Und ich bereue es nicht. Ich war etwas unter Druck, aber ich bereue es nicht. Ja, so positiv. Gut, dass wir denn noch mal drauf rummachen. Egal, gehen Sie es rück an. Ich lasse es dir dann. Ich bin hier, wenn du mich brauchst. Ich bin hier, wenn du mich recurst. Ich bin hier, wenn du mich interessierst. Ich bin hier, wenn du mich entschieden hast. Ich bin hier, wenn du mich 찔� Gl– muhest. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020